Die Idee der Nüchakwai kommt von den Nüchakwai. Die Nüchakwai, die Bruce Lee so gerne mochte, zwei chinesische Essstäbchen werden durch ein Band oder eine Schnur miteinander verbunden. Der Unterschied liegt darin, dass Nüchakwau heutzutage als eine richtige Waffe gilt. Die Nüchakwai kann man überall mitnehmen, das ist ganz praktisch. Die Männer können sie in die Hemdbrusttasche oder in die Hosentasche stecken und die Frauen können sie ganz diskret in den Haarknoten stecken. Mit den Nüchakwai ist das nicht so einfach, da gibt es viele Beschränkungen. Die Nüchakwai ist das nicht so einfach, da gibt es viele Beschränkungen.